Guten Tag, Herr Bentmann. Hallo, Amelie. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Mir ist gut, danke. Ist mit deinem Auge und deinem Kopf alles okay? Kommen Sie einfach mal nach vorne, bitte. Sorry, wegen der E-Mails. Ich hatte keine Zeit, dir zu antworten. Das ist keine Privatunterhaltung hier. Es ist eine Zeugenaussage. Entschuldigung, tut mir leid. Also, Sie sollen hier als Zeuge aussagen. Als Zeuge muss man die Wahrheit sagen. Und wenn Sie es nicht tun, machen Sie sich strafbar. Vorsicht, halber 55, SDPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Jonas Bentmann, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Rosenheim. Ledig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Steuerberater. Verwandt, Verschwägen mit dem Angeklagten? Nein, bin ich nicht. Ich habe ihn das erste Mal eben vor dieser Verhandlung im Jobcenter der Agentur für Arbeit gesehen. Als ich eben auf dem Weg zu Amelies Büro war. Genau. Und die Begegnung würde ich von Ihnen gerne etwas näher geschildert bekommen. Ja, klar. Also, ich bin eben in das Jobcenter der Agentur für Arbeit, in dieser Auge. Und es war so circa gegen 17 Uhr oder nach 17 Uhr. Ich bin gleich nach der Arbeit eben losgegangen. Zuerst bin ich an die Hauptinformation gegangen. Weil ich nicht mehr genau wusste, wo Amelies Büro war. Dann bin ich eben die Treppe hoch, ersten Korridor und dann zweiten Gang abgebogen. Und da kam mir der Angeklagte, Herr Heinecke, sofort hingegen. Er hat mich umgerempelt. Er war total neben der Spur. Irgendwas habe ich mir gedacht, was da eigentlich stimmt. Irgendwas war los. War Herr Heinecke in diesem Moment in Begleitung oder war sonst irgendjemand auf dem Gang? Nein, er war nicht in Begleitung. Er war allein. Bist du im Moment? Meine Mutter war direkt hinter mir. Die musst du gesehen haben. Es tut mir leid, Herr Heinecke. Ich habe Ihre Mutter nicht gesehen. Der lügt. Er war allein. Das ist schwierig. Ich habe das gehört gerade eben. Das war jetzt Ihre allerletzte Verwarnung, klar? Kommen wir zurück zum 11. Dezember. Was geschah, nachdem Sie einen Angeklagten getroffen haben? Nachdem ich ihn getroffen habe, bin ich ins Büro zu Amelie gegangen dann. Ich habe eben leist angeklopft zuerst und dann hat niemand geöffnet. Das fand ich schon sehr komisch. Und dann bin ich eben reingegangen und dann hing sie da so am Stuhl. Sie war ohnmächtig. Ich bin sofort zu ihr hin und habe sie geschüttelt. Und zum Glück, Gott sei Dank, war sie noch im Leben und hat geatmet. War sonst noch jemand im Büro? Nein, nur eigentlich ich und Amelie. Später ist dann noch Frau Peersch dazugekommen. Sie ist die Kollegin. Und ja, dann habe ich ihr gesagt, bitte sofort den Notarzt holen, was sie auch noch gemacht hat. Und dann bin ich eben noch mit ins Krankenhaus gefahren, weil ich wollte Amelie nicht zurücklassen. Es hat mir so leid getan, wie es ihr ging. Sehr löblich, Herr Benning. Ist es ja auch. Nur nicht ganz nachvollziehbar. Dafür, dass Sie von Frau Ohlhoff am selben Morgen noch zum Narren gehalten worden sind, haben Sie sich doch sehr nett verhalten. Ein bisschen zu nett, wie ich finde. Wie, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Zum Narren gehalten? Ach so, haben Sie es schon vergessen? Sie haben doch am Morgen des 11. Dezember eine SMS gekriegt, oder? Von wem kam denn die SMS? Von dem neuen Freund von Frau Ohlhoff. Er hat Ihnen mitgeteilt, dass die Beziehung zwischen Ihnen beiden beendet ist. Haben Sie es schon vergessen? Sie hat nicht mal selbst mit Ihnen Schluss gemacht. Da, 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 da war eine SMS. Okay, ja gut. Ja, okay. Ich habe aber gedacht, dass die von irgendeinem Spinner kam. Die kam ja nicht mal selber. Von dem Handy von der Amelie. Deswegen habe ich auch gedacht, ich feine diese Agentur und kläre das persönlich mit ihr. Ach, dafür fahren Sie extra zum Jobcenter? Obwohl Sie davon ausgehen mussten, dass Frau Ohlhoff überhaupt keine Zeit hat, mit Ihnen zu sprechen, weil sie beschäftigt ist? Pff, ich, ich wusste eben, wann sie Feierabend hat. Ach, das hätten Sie doch einfach nur anrufen brauchen. Pff, anrufen, anrufen. Würden Sie in so einem Fall anrufen? Ich wollte das persönlich in dieser Jobcenter-Sache klären. Ja, ich werde da am Tisch zu hauen. Entschuldigung, das habe ich dem Angeklagten auch gerade gesagt. Ja, ich habe mich so rumbrüllen, das ändert gar nichts an der Tatsache. Ja, und diese SMS, die war gar nicht so harmlos, wie Sie hier tun. Die haben Sie schon richtig eingeschätzt. Ich habe die SMS hier in Textform. Und wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, dann darf ich mal vorlesen, was der genaue Inhalt war. Hey Jonas, du Schwachkopf, ich habe deine Nummer aus Amelies Handy. Ende mit dem Versteckspiel. Du hast als Lückenbüßer ausgesorgt. Ich bin mit Amelie seit der Betriebsfeier zusammen und das bleibt auch so. Kleiner Tipp für die Zukunft. Du sollst ein Totalausfall im Bett sein. Änder das. Beste Grüße, Andi. Und? Klasse. Was wollen Sie mir jetzt erzählen? Ja. Dass Sie die Hoffnung hatten, wenn Sie zum Jobcenter fahren, dass Sie das in einem persönlichen Gespräch mit Frau Ohlhoff klären können? Ich war es nicht. Ich war es wirklich nicht. Und nach dieser Demütigung, da gab es für Sie gar nichts zu klären, außer, dass Sie Ihrer Wut Luft machen wollten. Was nicht sein kann, das darf bei Ihnen nicht sein. Und genau deswegen sind Sie zum Jobcenter gefahren. Und als Sie Frau Ohlhoff gegenüberstanden, ja, da ist Ihnen einfach der Kragen geplatzt. Da sind Ihnen die Nerven durchgegangen, dann haben Sie den Stein genommen und haben Sie niedergeschlagen. Ich war es nicht. Ich bin nicht so ein brutaler Schläger wie dieser Herr Heinecke. Körperliche Gewalt ist nicht meine Art. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Klar. Aufregen können Sie schon auch gut. Ohne die Bällen beißen nicht. Ja, genau. Ja, er denkt sich auch, er kann da einfach so reingehen, seelenruhig, ohne irgendwas zu machen. Hey, die Alte hat ihn doch zum Vollidioten gemacht. Nein, es reicht jetzt mal, aber es geht folgender Beschluss. Gegen den Angeklagten wird wegen ungebülllichen Verhaltens ein Ordnungsgeld von 150 Euro ersatzweise drei Tage Ordnungshaft verhängt. Ich habe es Ihnen mehrfach gesagt. Ja, aber es ist doch so. Der hat mit dem erstbesten Gegenstand, den er in die Hände bekommen, die Frau niedergeschlagen. Ich kann doch nichts dafür. Ich bin nicht so ein kaltblütiger Schläger wie Sie, Herr Heinecke. Körperliche Gewalt ist gar nicht mein Stil. Na, das hat vielleicht für Ihr Leben vor dem 11. Dezember gegolten, aber nicht am 11. Dezember. Ich habe mich in Ihrer Kanzlei umgehört und einer Ihrer Kollegen hat mir erzählt, wie aufgebracht Sie nach dieser SMS waren. Mit einem Wisch haben Sie Ihren Schreibtisch leergefegt. Ja, ich gebe zu, dass ich etwas wütend war, etwas sauer und mich nicht im Griff hatte. Okay, aber auf dem Weg... Sie haben Frau Olaf alles geheißen. Diese Namen will ich ja gar nicht alle wiederholen. Auf dem Weg ist es dann wieder in Ordnung gewesen für mich. Auf dem Weg zur Agentur und Jobcenter. Wissen Sie was? Nach so einer SMS, da vergisst sich der Beste mal. Aber ich war es nicht. Ich bin nicht zum Monster mutiert. Auf dem Weg ist dann wieder alles weg gewesen. Jetzt fängt er auch noch an zu heulen. Machen Sie doch auch die ganze Zeit. Nur verbal. Ich dachte, dass das allgemein so ein schlechter Scherz nur irgendwie war. Ich habe Amelie geliebt und ich liebe sie heute noch. Das müssen Sie verstehen. Und Frau Persch kann das eben bezeugen, dass ich einfach nur helfen wollte. Ich glaube eher, dass Sie schnell und geschickt auf einem herzigen Samariter umgeschaltet haben, als Frau Persch ins Büro kam. Damit Sie nicht in Verdacht geraten. So war das. Ach, das ist doch... Ich finde das nicht in Ordnung. Da sitzt ein brutale Schläger und dann wird der arme Herr Bentheim da beschuldigt. Genau. Besser zusammenfassen hätte ich das auch nicht können. Abgesehen davon sind von Herrn Bentheim überhaupt keine Spuren auf dem Rosenquarz zu finden. Ja, natürlich. Wir haben ja auch mal wieder Mitte Dezember als Tatzeit, oder? Ist doch wohl klar, dass er Handschuhe getragen hat und die wird er irgendwo haben verschwinden lassen. In der Hosentasche oder sonst wo. Sie können gerne meine Jacke durchsuchen. Ich trage aus Ihnen nie Handschuhe. Und schon gar nicht an diesem 11. Dezember, Mensch. Aber das kann ich wirklich bestätigen. Er trägt wirklich nie Handschuhe. Frage nochmal an Sie, Frau Persch. Weitere in der Wahrheitsbericht. Sind Ihnen an dem Herrn Bentmann damals Handschuhe aufgefallen? Nein, ich glaube nicht. Aber ich war so in Panik. Also ich habe auch jetzt nicht drauf geachtet. Ich finde diese ganze Theorie sowieso total absurd. Ist doch klar, dass Herr Heinecke Frau Ohlhoff niedergeschlagen hat. Schade, dass damals noch keine Überwachungskameras angeschlossen waren. Dann hätten wir nämlich jetzt alle schwarz auf weiß. Ja, dann hätten wir wenigstens gesehen, dass ich nicht der Täter war. Das glaube ich allerdings nicht. Wir werden Sie heute als Täter überführen, Herr Heinecke. Und daran wird auch die Aussage Ihrer Mutter nichts ändern. Gut. Zunächst noch Fragen an den Herrn Bentmann. Da bleiben Sie unvereidigt, genauso wie die Frau Persch. Sie dürfen den Platz nehmen. Und dann vernehmen wir doch mal die Mutter des Angeklagten. Irene Heinecke, bitte. Guten Tag, Frau Heinecke. Kommen Sie mal nach vorne und nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was falsch gesagt macht, macht sich strafbar. Selbstverständlich. Sie heißen Irene Gisela Heinecke, 43 Jahre alt. Sie wohnt in Rosenheim. Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich habe nichts gelernt. Ich gehe putzen. Da Sie die Mutter des Angeklagten sind, haben Sie in Zeugnisverweigerung gesagt, Sie müssen gar nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich werde auf alle Fälle etwas sagen. Mein Sohn hat der Sachbearbeiterin nichts gemacht. Er ist zwar manchmal aufbrausend und auch schwierig, aber gewalttätig? Gewalttätig ist er nicht. Und er hat das ja auch nicht leicht im Leben gehabt. Er ist ohne Vater aufgewachsen und ich konnte ihm auch nicht viel bieten. Wenn Sie gerade das Wirtschaftliche ansprechen, er war ja aus wirtschaftlichen Gründen an diesem 11. Dezember beim Jobcenter. Der wollte dann einen Antrag auf einen Mietkostenzuschuss für ein Zimmer und dazu hat er eine sogenannte Negativbescheinigung gebraucht oder dorthin gebracht. Also ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass er nicht mehr bei Ihnen wohnen konnte. Ja, mein neuer Lebensgefährte Rainer und Mirko, die kommen nicht so gut miteinander zurecht. Rainer, der ist halt nicht ganz so einfach und Mirko ist es halt nicht gewöhnt, sich von anderen Männern was sagen zu lassen. Und konkret, warum ging das so weit, dass Sie ihn nicht mehr bei sich unter einem Dach haben konnten? Ja, Mirko hat ohne zu fragen Geld aus meiner Börse genommen und dann ist wieder mein Streit aufgekommen und dann hat Rainer ihn vor die Tür gesetzt. Und du hast mir nicht geholfen. Mann, ich war schon so zermürbt von dem ganzen Streit und Zopf die ganze Zeit. Ich hatte einfach keine Nerven mehr, mich gegen Rainer aufzuwenden. Ja, aber am Ende, offensichtlich, hatten Sie sich aber dann doch wieder etwas angenähert, oder? Ja, Mirko kam so Ende November bei mir in der Arbeit vorbei und hat so ein Formular dabei gehabt für die AG wegen einer Wohnung. Und das habe ich ihm natürlich ausgefüllt. Naja, so gut wie ich konnte, weil in sowas bin ich nicht so gut. Stimmt es denn, dass Sie Ihren Sohn zu dem Termin am 11. Dezember begleitet haben? Ja, wir hatten über den Termin gesprochen und ich habe dann so um 20 vor 5 vor der AG auf ihn gewartet. Ähm, Sie waren also verabredet? Ja, nicht wirklich, aber ich wollte unbedingt mit hin, weil ich wollte einfach, dass alles wieder gut wird. Die lügt hier nur drumherum. Du warst dann im Tag garantiert nicht mehr in der Nähe vom Arbeitsamt. Also mal abgesehen davon, dass Sie von da hinten wirklich nicht reinreden dürfen. Wer sind Sie überhaupt? Rainer Koltmann, noch Lebensgefährte von Irene. Aber nicht mehr lange, wenn sie Mirko nicht mehr zeigt, wo es lang geht. Bitte, Rainer, jetzt gib endlich Ruhe und misch dich nicht in unsere Angelegenheiten. Moment, aber wenn ich Sie gerade richtig verstande, was macht Sie so sicher, dass Ihr Lebensgefährte an dem 11. Dezember nicht mit im Jobcenter war? Das war Dienstag. Dienstag macht Irene immer Wäsche. Das ist der einzige Tag, an dem sie die Gemeinschaftsmaschine nutzen kann. Da geht sie nicht weg, das wird sie nie machen. Der hat doch keine Ahnung. Der war in der Arbeit, als er hier im Jobcenter war. Und die Wäsche, die habe ich davor gemacht. Wer es glaubt. Wenn es um Mirko geht, dann hat die Frau Tomaten auf den Augen. Der Junge ist eine tickene Zeitbombe. Das will sie aber partout nicht einsehen. Heute vermöbelt er die Mitarbeiterin von der AG, was macht er morgen? Mirko war das nicht. Also, ich habe jetzt, glaube ich, Ihren Standpunkt verstanden. Trotzdem möchte ich, dass Sie ab jetzt zurückhalten. Ich will da von da hinten nichts mehr hören. Nicht so einfach zwischen den beiden. Nehme ich mal an. Da ist aber wieder mal zurück zum Termin. Ihres Sohnes da am 11. Dezember im Jobcenter. Wo waren Sie, als er ins Büro der Sachbearbeit dann rein ist? Ja, ich habe draußen im Flur gewartet und ich habe schon mitbekommen, dass Mirko in dem Zimmer ziemlich laut geworden ist. Haben Sie auch hören können, worum es ging? Nicht wirklich, aber er ist dann kurz danach stinkig sauer rausgekommen und hat gesagt, dass in dem Saftladen überhaupt nichts klappt und er rumgemotzt und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und ja, ich kenne ihn ja und dann war ich lieber still und habe gewartet, bis er wieder ein bisschen runtergekommen ist. Ist Ihr Sohn dann nochmal, als er schon wieder raus war, nochmal rein ins Büro der Sachbearbeiter? Nein, der ist nur einmal in das Büro rein und kein zweites Mal. Das kann ich bezeugen. Das ist ja schön, dass Sie das können. Was geschah dann weiter? Dann ist er mozzig Richtung Ausgang gegangen und ich bin hinter ihm hergegangen. Und auf dem Weg nach draußen sind da jemanden begegnet? Da waren ein paar Leute, keine Ahnung. Ja, und auf dem Gang zum Infostand ist Mirko dann mit dem Mann da zusammengestoßen und... Ja, nur dieser Mann will Sie nicht gesehen haben. Laut diesem Mann war Ihr Sohn alleine auf dem Gang. Ja, das habe ich schon gehört, dass er sich nicht an mich erinnern kann. Vielleicht lag es daran, weil ich direkt hinter Mirko gegangen bin. Wahrscheinlich waren Sie total verwirrt, weil Mirko direkt in Sie reingerannt sind und können sich deswegen an mich nicht mehr erinnern. Verwirrt? Natürlich. Ich war überhaupt nicht verwirrt. Ich habe Mirko, Ihren Sohn, im Jobcenter gesehen. Aber Sie, Frau Heinecke, nicht. Ja, und warum sollte Frau Heinecke dann Sie sofort identifizieren können? Tja, was weiß ich warum? Weil sie lügt. Ich habe Frau Heinecke nicht gesehen im Jobcenter. So einfach ist das. Weil sie nicht da war. Genau! Das ist alles nur Gewäsch. Mirko hat die Frau K.O. geschlagen. Das lassen Sie doch von da hinten. Und es tat zu seiner Mutter gekrochen, dass sie wieder alles richtet für ihn. Und Irene ist so blöd und macht das immer noch. Hey, du bist so ein Arschloch! Halt's Maul, du gemeiner Verkäufer! Moment, Moment, Moment! Sie verlassen jetzt mal den Sitzungssaal. Ihnen habe ich es nämlich gesagt und ich bin es leid. Und gegen den Angeklagten gibt es ein weiteres Ordnungsgeld von 200 Euro. Oh, Moment! Warum denn? Weil Sie hier stören. Und ich habe Ihnen vorhin gerade gesagt, ich will nichts hören. Ich denke ja gar nicht dran. Ersehendung, wir reiten und begleiten Sie. Sie sollen dankbar sein, dass ich Ihnen die Wahl erzähle über diese Debatte. Ich habe Ihnen schon die Tür aufgemacht. Bitte. Vielen, hört keiner mehr zu. Also geben es doch einfach. Ach, Herr Ruder, Mensch. Vielleicht hat ja draußen jemand Interesse an dem Gewäsch. Ja, mir tun Ihre privaten Umstände wirklich leid, Frau Heinecke. Aber dieser Vorfall hat Ihre Aussage nicht gerade glaubhafter gemacht. Ja, aber das ist die Wahrheit. Sie können mir doch jetzt nicht auch noch meinen Sohn wegnehmen. Ich habe doch sonst niemanden mehr. Und außerdem habe ich von der Frau Verteidigerin erfahren, dass Herr Bentmann sehr wohl Gründe hatte, auf die Frau Olof Sauer zu sein. Und warum hacken Sie immer nicht mal auf dem rum, sondern immer auf mir und meinem Sohn? Jetzt hören Sie mal, Frau Heinecke. Sie können die Sache nicht mir in die Schuhe schieben, nur damit Sie Ihren Bengel da behalten können. Geht's noch? Also, Jonas, jetzt mal Klartext. Das passt alles nicht zusammen. Wenn du es warst, ich würde es verstehen. Wenn du es jetzt hier zugibst vom Gericht, dann würde ich dir das auch verzeihen. Ich war es nicht. Und das kann ich dir versichern. Das musst du mir glauben. Bitte. Jonas, das passt alles nicht zusammen. Und es kann nicht sein, dass der Herr Heinecke und seine Mutter für etwas büßen, was sie wirklich nicht getan haben. Die haben schon so viel durchgemacht. Bitte, sag die Wahrheit jetzt. Es ist okay. Ich verzeih's dir. Ehrlich. Manu, Amelie, ich schwör dir, ich war's nicht. Und ich liebe dich. Und ich hab dich geliebt. Und ich würd nie irgendwas tun, was dir irgendwas antun könnte, dass es dir wehtun würde. Vertrau mir bitte. Und zum allerletzten Mal. Ich habe Frau Heinecke, diese Frau, die in mir sitzt, nicht in der Agentur gesehen. Punkt. Ich habe jetzt keine Kraft mehr, Herr Richter. Ich muss Ihnen was sagen. Selbstverständlich. Ja, bitte. Und was? Ich war sehr wohl an dem Tag in der AG, aber... Aber sie hat auch gesehen, dass ich ein zweites Mal zurück bin in den Raum. Ich hab... Ja, bei mir hat's alles ausgeschalten. Ich war so stinksauer, dass es mit der Wohnung wieder nicht funktioniert hat. Und ja, dann hab ich sie niedergeschlagen. Ha! Ich wusste es! Ja, aber es war auch mit meiner Schuld. Wieso war es auch ihre Schuld? Wie meinst du denn das? Ja, ich hab vorher noch Mirko angemotzt, dass er ein Versager ist. Und dass er nichts auf die Reihe bringt. Und dass er noch bei uns wohnen könnte, wenn er sich nicht immer mit Rainer zoffen würde. Und er soll mal sein Leben auf die Reihe kriegen. Und ohne mein dummes Gewäsch wäre er wahrscheinlich nicht so sauer gewesen. Und dann wäre das alles nicht passiert. Und ich... Ich wollte halt alles wieder gut machen. Und deswegen hab ich für ihn gelogen. Und wieso hat der Herr Bentmann Sie nicht gesehen? Ich hab an der Ecke gewartet, als Mirko nochmal zurück ist. Und ich hab nur von Weitem gesehen, dass die beiden zusammengestoßen sind. Und es tut mir alles so leid. Aber ich wollte ihm doch nur helfen. Er ist ja immer noch mein Kind. Du kannst ja nichts dafür, Mama. Das war alles meine Schuld. Ich... Ich... Ja, ich bin da dann ein zweites Mal eben... Ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen. Aber... Ja, dann hab ich gesehen, wie sie da die Beine hochgestreckt hat und sich total gechillt hat. Und dann hab ich mir gedacht, das geht doch nicht. Und ich... Ja, und dann hab ich den Stein gesehen und... Und ich wollte es wirklich nicht. Es tut mir echt leid, aber ich wollte es nicht. Noch Fragen? Keine Frage. Verhalten Sie bitte den Platz. Sie bleiben unverhalten. Ja, aber dann bitte ich doch noch um den Berichtung direkt zu. Ja, also Mirko war nur einmal bei mir zu einem Gesprächstermin. Und auch da hat er nur sehr widerwillig mit mir gesprochen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Wut, die er hat auf alles und jeden, bei ihm eher ein Ausdruck von Unsicherheit ist, als wirklich von schädlichen Neigungen. Und ich glaube, dass er mit der kompletten Situation auf einmal alleingestellt zu sein und sich allein um sein Leben kümmern zu müssen, einfach überhaupt nicht klargekommen ist und total überfordert war. Und obwohl er hier äußerlich natürlich den Eindruck macht, schon sehr erwachsen zu sein, sehe ich bei ihm doch Reifeverzögerungen und würde im Falle einer Verurteilung zur Anwendung von Jugendstrafrecht raten. Hierzu irgendwelche Fragen? Keine Dank. Danke, Frau Gamer. Dann haben wir noch bundesentrales Auszug und erziehungsgericht. Der Auszug sind beide ohne einen Tag. Wenn keine weiteren Erklärungen mehr abgegeben werden, schließe ich die Beweisaufnahme von Staatswerte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin. Ja, der Angeklagte hat sich zum Schluss entschuldigt. Es gibt immerhin etwas, das ist doch schon mal ein Anfang. Vielleicht will er sich ja tatsächlich ändern. Aber wenn er sich ändern will, dann muss er als allererstes erstmal einsehen, dass diese destruktive Aggressivität in konstruktive Aktivität umgewandelt werden müsste. Und er müsste endlich kapieren, dass nicht andere an seiner Situation schuld sind, sondern nur er allein. Er hat es in der Hand. Und er müsste, und ich glaube, nach dem, was ich mitgekriegt habe, dürfte das die schwierigste Aufgabe für ihn sein, seine Zunge zügeln. Er muss kapieren, dass, wenn er von anderen Menschen Hilfe und Unterstützung will, Frechheit und Dreistigkeit eine ganz, ganz schlechte Ausgangsbasis sind. Und ich denke, dass der Angeklagte momentan mit seiner Wut und seiner Aggressivität nicht weiterkommt. Er braucht meines Erachtens schon eine Jugendstrafe, um zu begreifen, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen beantrage ich den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von neun Monaten zu verurteilen, welche zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin. Sie behandeln meinen Mandanten wie einen Erwachsenen. Diese Erkenntnis, die Sie voraussetzen, die hat er nicht. Wir haben doch gehört, wie es bei ihm und in seinem sozialen Umfeld ausgeschaut hat. Ja, sein privates Umfeld war geprägt von Gewalt. Sein berufliches Umfeld war einfach nur von Scheitern geprägt. Und sein soziales Umfeld, ja, das war auch nichts, was ihm einen Rückhalt gegeben hat. Und zu Hause hat er nichts anderes kennengelernt, als dass die Mutter zu schwach war, sich gegen den Lebensgefährten durchzusetzen und der Lebensgefährte meinen Mandanten schikaniert hat. Und der ganze Umgang war von Aggression und Gewalt geprägt. Und als mein Mandant dann aus der Wohnung geflogen ist, ja, dann ist er völlig haltlos geworden. Und dann kam der demütigende Gang zur Arge, wo er sich wieder schikaniert gefühlt hat und ist in sein altes Muster zurückgefallen, wie er sich zu Hause immer gewehrt hat. Das war einfach Aggression und Gewalt. Aber heute, heute, glaube ich, hat er verstanden, dass das nicht der Weg ist und dass es so nicht weitergehen kann. Und genau daran sollte die strafrechtliche Sanktion anknüpfen. Man sollte ihm hier Unterstützung geben. Und deswegen meine ich, ist der Angeklagte hier zu einem Anti-Aggressions-Kurs zu verurteilen und zu 60 Sozialstunden. Danke, Frau Verteidigern. So, Herr Heinecke, Sie haben nun die Anträge gehört, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben auch das letzte Wort. Ja, ich wünschte, ich könnte mich ändern. Ich verkündete das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Sie haben in Ihrem Schlusswort gesagt, ich wünschte, ich könnte mich ändern. Sie müssen sich ändern. Und Sie können sich auch ändern. Aber wer so schon anfängt, bei dem befürchte ich, dass es beim Wunsch bleibt. Und es geht nicht. Es geht schlicht und einfach nicht. Und schon gar nicht, was Ihre Aggressivität betrifft. Und deswegen ergeht noch folgender Bewährungsbeschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert zwei Jahre. Zweitens, der Angeklagte wird während dieser Zeit einem Bewährungshelfer unterstellt. Drittens, ihm wird auferlegt, an 40 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleistern. Das ist weniger als beantragt, und zwar wegen dem Nächsten. Ihm wird auferlegt, an einem Anti-Aggressions-Kurs teilzunehmen. Sie müssen schauen, dass Sie das Ganze in den Griff bekommen. Bewährung, also erst mal, wieso ich Jugendrecht angewandt habe. Wenn man Sie so sieht, käme ich überhaupt nicht auf die Idee. Sie sind ja ein gestandener Mann, wie man bei uns sagt. Aber da ist wirklich einiges rückständig. Deutlich rückständig. Und mit dem Jugendstrafrecht kann ich hier viel besser reagieren und kann intensiver auf Sie einwirken. Das ist jetzt allerdings auch Verpflichtung für Sie. Wenn Sie es nicht in den Griff bekommen oder wenn Sie das Ganze nicht ernst nehmen, dann kann ich die Bewährung auch wieder rufen. Schon klar. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Vision eingelegt werden. Mir ist schon klar, dass es nicht immer einfach ist, wenn man aufs Jobcenter angewiesen ist. Das ist sicherlich nicht schön. Das ist nicht immer einfach. Mir ist auch klar, nicht jeder hat die gleichen Startchancen. Nicht jeder hat das gleiche Glück im Leben. Aber nur, wer nicht im Selbstmitleid versinkt, der kann auch was zum Bessern wenden. Oder andersrum gesagt, wer sich nicht selbst helfen will, dem ist nicht zu helfen. Vorher ist die Hauptfälle geschlossen.